Herzlich willkommen allen Freunde. Heute sind wir zu neunt, Leute. Wir haben zwei Impostas. Wir spielen heute auf der Map Mira. Hauptquartier ist inzwischen, glaube ich, sogar mein Lieblings-Map. Mit dabei sind Conny, Lexi, Aaron, Elias aka Magnus, der Tanker aka Leon, Vöwe, Marco, Noah und Simon. Fehlt nur jemand? Aaron fehlt, glaube ich, oder? Doch, habe ich genannt. Gut, ich entmute mich mal wieder. Ich krieg mir Poste. Muss ich hier was machen? Ja, richtig so. Ach, nicht. Was machen wir denn hier? Scheiße, habe ich so viele Sachen eingestellt. Was bin ich denn bei einer? So, ich lauf jetzt erstmal hier hinten hin. Äh, Leon verfolgt mich. Ne, ne, bleib weg. Geh weg. Hä? Geh weg von mir. Ich kann das Spiel gar nicht. Ne, ne, geh weg. Geh weg von mir. So. So. Äh, 6, 4, 4, 4, 4, 8. Ach, Ron, du bist unten unterigst gedrückt, bis es voll ist. So. Weiß, ich weiß, ich steh nur grad den Sound ein. Oh, hier wieder bisschen Müll abdingsen. Ich weiß gar nicht, wo Leon jetzt hin ist. Weiß es nicht. Ah, ich muss gedrückt halten. Ah, guck mal, ich hab wieder was Neues gelernt tatsächlich. So, dann gehen wir mal runter. Hier könnten wahrscheinlich schon die ersten Leichen liegen. Ne, hier ist Leon noch. Oh, tot. Simon ist ein Imposter. Hier, die Kristalle sind geschwärts. Und warum? Also, ich steh noch am Anfang im Gang da unten, ne. Weil ich Noah da hinten lange bei Aron rumgammeln sehe. Noah kommt zurück, aber Aron lebt noch. Ja, alles fein. Irgendwie so, ja, geh mal aufs Map, geh nach rechts. Koppel 7 entgegen, ne. So ein brauner Kackhaufen. Dann denk ich mir, dreh ich um. Ich steh Aron einmal tot. Ah, ja. Und Simon ist weg. Aber man kann auch wenden dahin und wieder zurück, oder? Aber Simon ist gar nicht mehr da. Aber Simon ist gar nicht mehr da. Good enough for me. True. Aber Simon ist ja nicht mehr da, Conny. Der ist ja nicht mehr da, Conny. Der ist ja auch gar nicht hier hinten. Also, Simon ist ja verschwunden. Okay, Simon ist es wirklich. Wie ein Geil. Warte, euch haben wir noch Suspekt. Ich kann euch meine Unstuld beweisen. Ja, Conny war da. Hab ich noch gesehen. Wie er aus dem Wind gesprungen ist. Warte mal, Simon warst du im Reaktor? Ich hab aber den Conny. Ne, Lexi war im Reaktor. Ich war mit dir im Reaktor. Mann, ich warst du. Ich war auch mit dem Reaktor. Conny, du warst auch Susp. Alter, das hat mich schon kompliziert. Den komm mit. Ich liebe, ich wurde dich ausweist in meiner Unstuld. Du bist down. Du bist down. Du bist kein Geist. Ja, Simon, jetzt hier wurde dich selber. Hey, auf Conny, bin ich gut. Sag mal, wieso ich? Weil du das bist. Ja, komm jetzt wird's, Alter. Nee, würd ich nicht. Mit dir, die ich nenne sind. Doch, nie. Du bütest mich noch. Äh, ich muss da hin. Alter, wieso, wieso könnt ihr das alle so schnell? Ich versteh das nicht. So, Herz. B3. Super. Leon, warte auf mich. Ja, geh du da. Da oben. Ich geh hier hin. So, wir gehen mal eben hier unten gucken. Das ist nämlich niemand. Ich wusste es. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ach. Mein Gott, ey. Oh, nee. Oh, nee. Was, was wollen die denn hier? Okay, ich lasse jetzt erstmal vorgehen. So, ich müsste da auch rein, tatsächlich. Und werde ich sogar fertig? Ich weiß nicht, ob Leon noch lebt. Ah doch, Leon lebt noch. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wo ist mein Bomber geblieben? Hatte ich hier oben noch was? Ich weiß jetzt grad gar nicht. Ne. Hä, ich hatte hier aber zwei Sachen, oder? Ich sehe nicht zwei Sachen. Irgendwo hier? Ne? Hatte ich nicht? Okay. Dann geh ich runter. Okay, also wo ich da vorkommst? Ich check die kommst nicht. Also. Ja, wir beide müssen das gleichzeitig machen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Da muss einer reden, aber wenn du das nicht hörst, weil keine Musik oder so, dann musst du das so lange drehen, bis die grüne Lampe aufleuchtet. Ne, bei dem da unten, bei dieser Nummer. Ach so, stopp. Ach so, stopp. Die hier rechts den Code. Ja, ja. Den musst du eingeben. Ja, ich weiß. Den habe ich für nur checkt, den habe ich eingeben. Und dann ist es passiert. Also, jedenfalls Moritz oben tot bei vorkommst. Also, Lea war bei mir und dann war es auch bei mir. Ich könnte Moritz oder Lexi sein. Also, ich war oben links. Ich war unten rechts in der Cafeteria. Naja. Wo war die Leiche? Wo war die Leiche? Links. Also, weißt du abgehen, dann links direkt immer rein. Äh, ist euch Noah denn entgegengekommen, als ihr weggegangen seid von oben links? Ja. Nein, Noah liegt direkt vorkommst. Einfach im Raum da links. Irgendjemand auf Admin. Lexi, was hast du gerade in der Cafeteria gegessen? Gegeessen? Ah, ein schönes Sandwich mit Käse und Schinken. Das gibt es aber leider nicht im Automaten. Hast du erst von zu Hause mitgebracht? Ja, habe ich gerade hier gegessen. Was hast du für Tasten in der Kapitel oder wo warst du? Kabel. Die Kabel da unten. Also, da ist diese ganze Kammer mit der Gießkanne davor. Die Kabel da unten. Ja, ja, ja. Einfach, einfach. Ne, ich wollte nach oben gucken. Einfach, Leute. Wo kommst halt laufen, ne? Sonst geht das ja nicht. Absolut. Oder wir gehen einfach, wenn demnächst hier unten rutskeln. Weil wir drei ja eigentlich safe sind. Wir sind... Wir haben... Wir brauchen nicht gehen. Ja? Hm? Wir brauchen nicht gehen. Ich gehe mal davon aus, dass... Äh... Simon Post da war. Das Ding ist so. Moritz, Leon ist ja eigentlich safe. Weil er hat einfach zusammen. Ich glaube, wir können Taskwin. Ist nicht safe, ne? Ja? Moritz ist nicht safe. Ja, ist jetzt aber am... Aber am Anfang Leon die ganze Zeit töten können. Magnus, Leon ist ja safe. Ja, wow. Ich hätte mo... Äh... Dingsens... Den grünen Fuzzi da auch am Anfang an der Zeit töten können. Wobei, für wie fair, ich bin nicht safe. Weil ich hab ja... Ja, ist okay. Nur trotzdem. Äh... Wir waren da, um ganz am Anfang zu... Ja, aber dann kann ich nicht die Ausdrucksweise... Lexi ist mir sehr, sehr... Ich hab auch einen Namen. Ich hasse mich, ne? Not hurting my body, but hurting my feelings. Also... Oha, nö. Kippen, oder Moritz, oder Wilch, oder... Ah, ist mir scheißegal. Äh... Oha. Okay, das hast du mich. Moritz, also... Markus, mir sympathisch. 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 Sympathisch, man kann sich unterhalten. Boah, süß von dir. Äh... Noch fähig. Bis hier lag, hier lag er, ne? Bis hier, was da hinten. Weiß ich, wer einer zerschützt. Hä? Mh. Achso, ja, cool. Amen. Ja, das ist schwer, wenn man dann einfach wegkommt. Also früher dann... Nee, Lengmus, wenn... Nee, also guck mal, ich muss sagen, da auch keine Gäste. Konny, ich wollte zuerst warten und weil ich da einen Task-Card und dann hätte ich komplett in den Leng-Bestöhrer. Dann hätte ich komplett in den Leng-Bestöhrern. Einfach dann... Nee, aber als du Koms-Dabotiert hast, ne? Und ich dann Moritz da gekehlt habe, das war cool. Hey, ich liebe nur noch. Äh, nicht Moritz, okay, ne? Boah, ne, ne. Befehle, 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 leckse. Leckse, leckse. Okay, das war's wieder mit einer Folge. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, oder? Who the fuck's gay met her behebrainander? Bis zum nächsten Mal. Dann sind du noch wmith. Ciao, ciao, ciao. Vielen Dank.